KPMG habe ich ja gerade gesagt, ein weiterer Teilnehmer der Big Four, der vier größten Wirtschaftsführungsgesellschaften der Welt. Und April 2020 sagt dann KPMG öffentlich in ihrem Bericht, dass sie große Zweifel an den Bilanzen von Wirecard haben. Und stellt zum Beispiel Barguthaben in Höhe von einer Milliarde Euro in Frage und begründet dies damit, dass die einzigen Belege für diese Summe Dokumente eines Treuhänders aus Singapur seien, der seine Beziehungen zu Wirecard zum Zeitpunkt des Beginns der Sonderprüfung abgebrochen hat.